Jo hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Minecraft Video. Ja, das ist wieder ein Let's Build und wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da oder abonniert einfach den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ja, als nächstes von dem Hausbau hier stand jetzt das an, dass ich mal die Inneneinrichtung mache. Da habe ich mich ehrlich gesagt noch so ein bisschen die ganze Zeit drum gedrückt, weil, ja, das ist relativ aufwendig, weil da relativ viel Platz ist und so. Im Hintergrund könnt ihr jetzt sehen, wie ich die Raumaufteilung mache und ich fange jetzt da auch schon an, die kleinen Toiletten einzurichten. Da habe ich jetzt mal zwei von gemacht. Ich weiß auch nicht genau, warum ich das jetzt gemacht habe. Das war halt einfach so, hat ganz gut gepasst, auch so von der Raumaufteilung, von der Symmetrie und da habe ich halt zwei gemacht. Ja, und dann habe ich da noch ein bisschen verziert und dann habe ich angefangen, die Küche einzurichten. Dann habe ich noch zwei Schlafzimmer gemacht, das werdet ihr dann hinterher sehen. Aber ich werde jetzt erstmal leise sein und am Ende kommen dann nochmal ein paar Bilder mit schönen Shadern. Da könnt ihr euch das nochmal angucken, wie das dann aussieht. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020